Auf einigen Burgen werden die Führungen an passenden Stellen mit Redewendungen aufgelockert, denn Formulierungen wie etwas im Schilde führen kann man sehr gut angesichts von Ritterrüstungen erläutern. Es ist dann für die Burgbesucher immer wieder verblüffend, zu erfahren, dass viele unserer Redensarten bereits ihre Wurzeln vor Hunderten von Jahren haben. Eine Burg ist deshalb ein guter Ort, anhand von Gegenständen oder Tätigkeiten, Räumlichkeiten oder Bauwerken, zu erläutern, woher etliche mittelalterliche Redewendungen stammen. Dieses Hörbuch fasst über 50 Redewendungen zusammen, die meist auf das Mittelalter oder die frühe Neuzeit zurückgehen und auch heute noch populär sind. Es ist unterteilt in Kapitel, die sich mit unterschiedlichen Bereichen des damaligen Lebens beschäftigen. Unter Ritterliches werden Redewendungen vorgestellt, die aus dem Bereich der Wehrhaftigkeit des militärischen und anderer dem Ritter zugeordneten Aspekte kommen. Gerichtliches stellt Redensarten vor, die aus juristischen Zusammenhängen wie Urteil oder Strafe entstanden sind. Im Abschnitt Historisches werden Redewendungen behandelt, die auf konkrete Ereignisse oder Personen der Geschichte Bezug nehmen. In Kirchliches findet sich alles, was mit Religion, Aberglaube und Jenseitigem zu tun hat. In Gewerbliches kommen Redewendungen aus historischen Berufen zur Sprache, denn die Fachsprachen der Handwerker haben viele Spuren hinterlassen. Öffentliches nennt Redensarten, die allgemein gebräuchliche Tatsachen und Handlungen betreffen, während Häusliches die privaten, intimen Dinge als Quellen für Redewendungen untersucht. Aber was sind Redewendungen eigentlich? Sie sind kleine, meist aus nur einem oder mehreren Wörtern bestehende Ausdrücke, die auf Termini aus anderen, oft historischen Zusammenhängen zurückgreifen und gleichnishaft eine Situation, eine Handlung oder ein Gefühl beschreiben und deutlich machen. Sie sind kleine Parabeln. Sie dürfen nicht verwechselt werden mit Sprichwörtern, die meist aus einem abgeschlossenen Satz bestehen. Allen anderen Konstruktionen ist eine gewisse Verständlichkeit gemein, die Redewendungen oft auf den ersten Blick vermissen lassen. So haben Ausländer, die sich eine fremde Sprache durchaus angeeignet haben mögen, oft große Probleme Redewendungen dieser Sprache, auch Idiomatismen genannt, zu verstehen und selbst richtig anzuwenden. Redewendungen sind wie Brücken in die Vergangenheit. Auf ihnen gehen heutige Menschen ständig zurück, in eine in vielerlei Hinsicht fremde Welt vor sechs oder siebenhundert Jahren. Allerdings meist ohne sich dessen bewusst zu sein. Denn Redensarten gehören so fest zu unserer alltäglichen Sprache, dass wir viele gar nicht mehr als solche erkennen. Ob es nun Wörter wie Hänseln oder Entlarven sind, sie sind assimiliert und den meisten Zeitgenossen so vertraut wie Kind und Kegel. Diese sprachlichen Brücken aber gehen leider immer mehr verloren, weil viele Bezüge auf die Redensarten zurückgreifen, heute weitgehend unbekannt oder in Vergessenheit geraten sind. Wer hat jemals eine Tretmühle in Aktion gesehen? Wer könnte noch mit einem Heller bezahlen? Es wäre aber falsch anzunehmen, dass die älteren Semester, zu deren aktivem Wortschatz sie noch gehören, wüssten, woher diese Formulierungen ursprünglich kommen und unter welchen Umständen sie einmal entstanden sind. Denn Gegenstände wie Leier oder Daumenschraube sind in unseren Breiten schon ziemlich lange nicht mehr im Gebrauch. Bei der Quellenforschung ist allerdings Vorsicht geboten. Die Herkunft vieler mittelalterlich klingender Redensarten erweist sich bei näherem Hinsehen nämlich als nicht wirklich historisch. Eine ganze Reihe ist auch erst im 19. Jahrhundert in Gebrauch gekommen, einige scheinbar Alte sind auch noch deutlich jünger. Viele aber sind im 18. Jahrhundert schriftlich bezeugt und sicher sehr viel älter. Die Entstehungszeit wird oft mit früher oder aus alter Zeit angegeben. Und tatsächlich stammen doch sehr viele Redensarten aus der Zeit der Ritter und Minnesänger, also dem sogenannten Mittelalter. Da die Quellen des 9. bis 11. Jahrhunderts fast ausschließlich in Latein geschrieben wurden, ist, was Redewendungen betrifft, erst mittelhochdeutsch ergiebig. Denn in dieser Sprache des Hochmittelalters, also der Zeit zwischen 1050 und 1250, war die höfische Literatur verfasst. Walter von der Vogelweide ist der bekannteste Vertreter. Unsere Sprache hat seitdem noch mehrere Wandlungen mitgemacht. Für die Zeit nach dem 14. Jahrhundert spricht man von früh-neuhochdeutsch. Das bekannteste Textzeugnis dieser Sprachstufe ist Luthers Bibelübersetzung von 1545, mit einem nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung einer einheitlichen deutschen Sprache. Der Beginn des Neuhochdeutschen, also unserer heutigen Sprache, wird auf die Mitte des 17. Jahrhunderts datiert. Es muss auch stets berücksichtigt werden, dass in Deutschland in den fraglichen Jahrhunderten immer mehrere Sprachen neben- bzw. übereinander-her existierten, besonders Latein, Französisch und auch Jiddisch. Alle haben Einfluss gehabt auf unsere Sprache, allein das Jiddische, also die Alltagssprache der mitteleuropäischen Juden, hat über 50 Begriffe wie Schlamassel, Meshugge, Schmiere oder Stuss hinterlassen, die wir bis heute aktiv verwenden, meist ohne uns über ihre Abstammung im Klaren zu sein. Viele herkömmliche Redewendungen sind inzwischen durch neue ersetzt worden, denn Deutsch ist eine lebendige Sprache, und Einflüsse aus anderen Sprachen, dem Internet und der populären Massenkultur, verändern sie auch heutzutage mehr denn je. Besonders die Medien tragen zu dieser Entwicklung bei. So sind in den letzten Jahrzehnten selbstverständlich auch neue Redensarten wie »Auf Konfrontationskurs gehen«, »Die gleiche Wellenlänge haben« oder »Auf dem Schirm haben« entstanden. Gleichzeitig fallen viele historische Redewendungen und Ausdrücke dem Wandel der Sprache zum Opfer und sterben aus. Bei der Suche nach Erklärungen von Redewendungen ist übrigens Vorsicht geboten, denn vor allem im Internet schießt die Fantasie bisweilen sehr ins Kraut. Da reimen sich auf einschlägigen Seiten Nutzer oft Bedeutungen zusammen, die manchmal mehr oder weniger aus der Luft gegriffen sind, aber leider sind auch entsprechende Handbücher nicht immer befriedigend in ihrer Recherche, sie helfen dadurch mit, falsche Informationen zu verfestigen. Deshalb wurde hier auch die Gelegenheit genutzt, einige Wendungen als nicht-historisch und ihre üblichen Erklärungen als falsch zu entlarven. Eine der bekanntesten dürfte »Einen Zahn zulegen« sein. Wohlgemerkt, dieses Hörbuch hat nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Werk zu sein. Die Fakten sind zwar sorgfältig recherchiert. Differenziertere Erklärungen, Ersterwähnungen und Nachweise von historischen Quellen seien aber der Fachliteratur vorbehalten. Dem speziell Interessierten sei insbesondere Rörichs immer noch grundlegendes »Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten« empfohlen. In dem vorliegenden Band sollen vielmehr auf unterhaltsame Weise interessante Informationen über die in unserer Sprache so verbreiteten Floskeln und Redewendungen geboten werden. Er kann dadurch vielleicht etwas dazu beitragen, dass einige bedrohte »Redensarten« vor dem Aussterben bewahrt werden. Denn auch wenn sie den Älteren »Das Wasser nicht reichen« können, ist Hopfen und Malz noch nicht verloren, und bevor wir den Teufel an die Wand malen und sie Scherereien bekommen, werden wir ein Auge zudrücken und nun einen Zahn zulegen und mit unseren Erklärungen beginnen. Dann ist alles in Butter und wir haben nochmal Schwein gehabt. Kapitel 1 Ritterliches Hieb und Stichfest Von Pechnasen und großen Füßen Steinreich sein Sehr wohlhabend sein Nicht nur im Mittelalter, sondern weit bis ins 19. Jahrhundert war es ganz normal, dass die Häuser der einfachen Leute aus Holz gebaut waren. Fachwerkhäuser eben. Wobei »fach« ein alter Ausdruck für Wand ist, enthalten auch in »unter Dach und Fach«. Nur Reiche konnten sich Steine aus Steinbrüchen leisten, die behauen werden mussten und deshalb teuer waren. Reich war im Mittelalter der Adel, dem das Land gehörte. Er bevorzugte es, in Steinhäusern zu residieren, denn nur Häuser mit steinernen Wänden waren so stabil, dass sie auch einem Überfall von Feinden, zornigen Leibeigenen oder missgünstigen Nachbarn oder Verwandten standhalten konnten. Aus diesen festen Häusern, oft in Turmform erbaut, entwickelten sich die Burgen. Als auch die Bürger im späten Mittelalter zu Wohlstand kamen, konnten sie sich ebenfalls prächtige Steinhäuser leisten. Sie waren nun steinreich. Pech gehabt Viele Burgführer zeigen über dem Burgtor eine Pechnase und weisen darauf hin, dass daher der Ausdruck »Pech gehabt« stammelt. Seit dem 19. Jahrhundert glaubte man, dass die Verteidiger einer Burg heißes Pech auf die Angreifer geschüttet hätten. Diese gruselig-romantische Vorstellung entspricht allerdings nicht den Tatsachen, denn die Burgenforschung hat mittlerweile nachgewiesen, dass zum Flüssigmachen von Pech Temperaturen nötig gewesen wären, die in einem Torhaus nicht hätten erzeugt werden können. Der fälschlicherweise Pechnase genannte Erker war also eine Verteidigungsvorrichtung, aus der man Steine warf oder Pfeile schoss. Redewendungen, in denen der Begriff Pech vorkommt, haben deshalb nichts mit Burgen zu tun. Ein Pechvogel war zum Beispiel ein Singvogel, den man auf einer mit klebrigem Pech bestrichenen Rute fing, um ihn anschließend zu verspeisen. Pech gehabt. Und wenn heute jemand auf etwas erpicht ist, dann ist er darauf fixiert, wie mit Pech daran festgeklebt. Nicht nur heute, sondern auch und besonders in früheren Zeiten war Aberglaube weit verbreitet. Dazu zählten magische Sprüche und Rituale, die einen Mann für den Kampf unverwundbar machen sollten. Man nannte diesen Brauch Festmachen. Die Zwillingsformel Hieb- und Stichfest gehörte zu diesem Zauber. Sie sollte den Besprochenen gegen jede Art der typischen mittelalterlichen Kampfverletzungen gefeit machen. Auch heute noch segnen Priester in den Krieg ziehende Soldaten, um sie unter den Schutz Gottes zu stellen. Es ist immer wieder merkwürdig, dass über Jahrhunderte, Jahrjahrtausende an die Wirkung derlei transzendentaler Praktiken geglaubt wurde, obwohl die unübersehbare Zahl der Getöteten und Verwundeten in den Kriegen der Geschichte eindeutig ihre Nutzlosigkeit beweist. Etwas im Schilde führen, schlechte Absichten haben. Wappen waren so etwas wie die Nummernschilder des Mittelalters. Genau wie heute, Insassen von Blechkarossen, konnte man Ritter nicht identifizieren, weil sie von Kopf bis Fuß in einer Rüstung steckten. Die Kampfspiele des 12. Jahrhunderts waren deshalb für die Zuschauer unübersichtlich, sie konnten die Teilnehmer nicht erkennen. Also markierte man die Kämpfer durch farbige Symbole auf den Schutzschilden und Helmen. Die Redewendung »Farbe bekennen« mit der Bedeutung »Sich zu jemandem bekennen« hat übrigens damit nichts zu tun, sondern mit dem Kartenspiel, in dem oft eine bestimmte Kartenfarbe gespielt werden muss. Wenn ein gewappneter Ritter auf eine Burg zuritt, führte er meist nichts Gutes im Schilde, sonst wäre er mit offenem Visier gekommen, deshalb hat diese Redensart einen negativen Sinn. Auch wir führen in unseren Autokennzeichen noch etwas im Schilde, nämlich Wappen des zulassenden Landkreises oder der Stadt. Der Ausdruck »Flagge zeigen« kommt aus der Seefahrt, in der Schiffe durch Flaggen kenntlich gemacht werden. Beim Buhurt, dem ritterlichen Kampfspiel mit gleichzeitig vielen Teilnehmern, aber auch bei den Ritterschlachten, wurde durch die ständigen Richtungswechsel- und Wendemanöver mit den schweren Pferden eine Menge Staub aufgewirbelt. In dieser Staubwolke konnte so mancher Kriegsknecht, dem sein Leben lieber war als die dem einfachen Mann, meist unbekannten Kriegsziele seines Königs, unbemerkt das Weite suchen. Denn die anderen Beteiligten waren einerseits selbst mit ihrem Überleben beschäftigt, andererseits war ihnen wegen der Staubwolke der Überblick erschwert. Fahnenflucht war natürlich für die Ritter kein Thema, gehörte doch Verlässlichkeit zu ihren ritterlichen Tugenden, auf die sie ihr Leben lang eingeschworen worden waren. Einen Zacken aus der Krone brechen, im Ansehen herabsinken, etwas unter seiner Würde tun. Selbstverständlich denkt jeder, der diese Redensart hört, gleich an die typischen Kronenträger der Geschichte, die Könige. Aber auch in der Hierarchie darunter stehende Adlige wie Fürsten, Grafen und Barone hatten ihre Kronen, zwar nicht auf dem Kopf, aber als Schmuck und Statussymbol auf dem Wappenschild. Und damit hat diese Redewendung zu tun. An diesen Wappenkronen konnte man nämlich den Rang des Wappeninhabers erkennen, und zwar an der Zahl der Zacken. Je mehr Zacken die Krone hatte, desto höher der Rang. Die Redensart bedeutet also, dass man, wenn man etwas unter seiner Würde tun muss, Angst hat, nicht mehr seinem Status entsprechend angesehen zu werden. Die gelegentlich gehörte Theorie, dass eine unstandesgemäße Heirat den Verlust eines Zackens aus der Wappenkrone, die ja scheinbar Zacken verlieren konnte, mit sich gebracht habe, ist jedoch nicht zu halten. Mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen. Jemand ist sehr unfreundlich. Es gibt verschiedene Arten, einen Mitmenschen seine Verachtung spüren zu lassen. Als noch viel geraucht wurde, konnte es passieren, dass ein Raucher seinem Gegenüber arrogant den Rauch einer Zigarette ins Gesicht blies. Vor Jahrhunderten gab es andere Genussmittel, meist gesündere. Die Süßkirsche zum Beispiel wurde in Kloster- und Schlossgärten angebaut und war ein begehrtes Naschwerk, das, von einem möglicherweise lebendigen Inhalt, einmal abgesehen, nur einen Nachteil hatte, den Kern. Dessen entledigte man sich normalerweise dezent in die Hand oder in den Straßengraben. Es soll aber Obrigkeiten gegeben haben, die kein Hehl daraus machten, dass der einfache Mann weit unter ihnen stand. Sie ignorierten ihn einfach mit für diesen ärgerlichen Folgen. Die ausführliche Version dieser Redensart lautet nämlich, mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen. Sie spucken einem die Kerne ins Gesicht. Kapitel 2 Gerichtliches Mit Hängen und Würgen von Kerbhölzern und Daumenschrauben In die Schuhe schieben, einem anderen die Schuld geben In den Herbergen der wandernden Handwerksgesellen ging es recht rustikal zu. Und die Gesellenehre war nicht immer so ausgeprägt, als dass nicht doch schon mal fremdes Eigentum, vor allem Thaler und andere Münzen, auf unehrliche Weise den Besitzer gewechselt hätte. Solch ein Diebstahlsverdacht konnte dazu führen, dass es manchmal noch im Schlafsaal zu einer Untersuchung durch die Obrigkeit kam, inklusive Leibesvisitation. Dann musste das Korpusdelikti, meist ein Geldstück, schnellstens verschwinden. Und da brutzig der Schuh des Bettnachbarn an. Das war sicher nicht die feine Handwerkskunst, was ja dann auch zu dem negativen Unterton dieser Redensart geführt hat. Etwas an die große Glocke hängen Eine Information öffentlich verbreiten Diese Redensart hat zwei mögliche Quellen. Zum einen wurden wichtige Nachrichten noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts durch den Gemeindediener verkündet. Dieser war mit einer großen Handglocke bewaffnet, wenn er durch das Dorf ging, um Neuigkeiten aus dem Rathaus auszurufen. Nachdem er mit der Glocke und dem Ruf Bekanntmachung für die nötige Aufmerksamkeit gesorgt hatte, verlas er die amtlichen Mitteilungen. Hatte ein Bürger zum Beispiel wegen der Entfernung von der Bekanntmachung selbst wenig verstanden, konnte er sich auf die Information nicht verlassen, sondern hatte nur etwas Läuten hören. Zum anderen wurden im Mittelalter öffentliche Gerichtsversammlungen durch Schlagen der Kirchenglocke eingeläutet. Die Redewendung hieß deshalb ursprünglich »an die große Glocke schlagen«, wurde aber später mit der Wendung »etwas höher hängen« verbunden. Tatsächlich wurde aber an eine Glocke »nie etwas gehängt«. Mund tot machen, zum Schweigen bringen Diese Redewendung hat überraschenderweise mit dem Mund überhaupt nichts zu tun. Es geht also auch nicht darum, dass hier jemandem der Mund gestopft werden könnte, damit er schweigt. Das hat sich das Volk im Laufe der Zeit so hininterpretiert, wie es ja oft mit uralten Wörtern geschehen ist, die man sich nicht mehr erklären konnte. »Volksetymologie« nennt man so etwas, wenn ähnliche Begriffe verwechselt werden oder eine neue Bedeutung bekommen, weil sie ähnlich klingen. Befragt man aber die wissenschaftliche Etymologie, die Lehre von der Herkunft der Wörter, so wird klar, dass das Wort »Mund« in »Mundtod« vom mittelhochdeutschen »Mund« stammt, einem Begriff der Rechtssprache, der so viel wie »Schutz« oder »Gewalt« bedeutete. Dieses »Mund« ist auch in unserem Wort »Vormund« noch enthalten, der ja auch nicht einen vorlauten Mund, sondern die Erziehungsgewalt über jemanden, sein »Mündel« hat. »Mundtod« machen heißt also eigentlich »entmündigen«. »Die Stange halten«, jemanden in Schutz nehmen, Partei ergreifen. Jahrhundertelang war es ein durchaus normales Mittel, durch einen Zweikampf Streitigkeiten zu klären, zum Beispiel, wer die Wahrheit sagte, wenn Aussage gegen Aussage stand. Man ging im Mittelalter nämlich davon aus, dass in einem gerichtlichen »Duellum« unter Rittern ein Gottesurteil herbeigeführt würde. Für uns heute ist es natürlich eine unerträgliche Vorstellung, dass so etwas im Prinzip darauf hinaus lief, dass der Stärke recht hat. Wie dem auch sei, dieser Gerichtskampf hatte Regeln, die das Ganze nicht zu reiner Willkür geraten ließen. Zu deren Durchsetzung wurden Sekundanten bestellt, die, mit einer stabilen Stange ausgerüstet, eingreifen konnten, wenn die Kampfregeln von einem der Kontrahenten verletzt wurden. Sie deckten den Betroffenen, der womöglich am Boden lag, mit der Stange und unterbrachen so den Kampf. Auch im Turnier, dem ritterlichen Kampfspiel, gab es den Stängler, der demjenigen zum Schutz die Stange hielt, der sich als geschlagen erklärte, um ihn vor weiterem Ungemach zu bewahren. Im Sachsenspiegel aus dem 13. Jahrhundert, dem ersten deutschen Rechtsbuch, wird beschrieben, wie damit umzugehen war, wenn ein Beklagter nicht zu einem gerichtlich angeordneten Zweikampf erschien. Ein Gerichtskampf war damals ein anerkanntes Mittel, ein Gottesurteil einzuholen. Wenn also der Kläger sich nicht mit dem Beklagten schlagen konnte, ging man davon aus, dass dieser damit seine Schuld eingestanden hatte. Damit aber der Kläger als Sieger vom Platz gehen konnte, musste er dreimal in den Wind schlagen, was wohl als symbolische Kampfgeste zu werten ist. Erst mit dieser Rechtsgebärde hatte er den Zweikampf offiziell gewonnen. Die typische wegwerfende Handbewegung, die heute noch ausdrückt, dass man eine andere Meinung nicht akzeptiert, könnte ebenfalls noch ein letzter Rest des In-den-Wind-Schlagens sein. Ein Schlitzohr sein. Eine gerissene, schlaue, hinterhältige Person sein. Zur Herkunft dieses Spottnamens gibt es zwei ähnliche, aber unterschiedliche Deutungen. Am wahrscheinlichsten ist die Erklärung, dass früher erwischte Missetäter zur Warnung ihrer Mitbürger auffällig markiert wurden, indem ihnen zum Beispiel Zeichen in die Haut gebrannt oder Körperteile, bei die ihm sogar die Hand entfernt wurden. Ein Schlitz, der Betrügern als Strafe und Kennzeichnung ins Ohr geschnitten wurde, erscheint auf den ersten Blick noch harmlos, war aber sehr folgenreich, denn eine Rehabilitierung war mit solch einem Makel wohl ausgeschlossen. Alternativ wird der Ausdruck von der Zunft der Zimmerleute hergeleitet. Alle Gesellen trugen einen goldenen Ohrring, der ihr Notgroschen ihre eiserne Reserve war. Mit ihm konnte im äußersten Fall das eigene Begräbnis bezahlt werden. Hatte ein Geselle grob gegen Regeln verstoßen oder war sogar straffällig geworden, so wurde ihm vom Meister dieser Ring vom Ohr gerissen, was eine schlitzförmige Narbe hinterließ, eine Warnung an weitere Arbeitgeber oder Meister. Mit Hängen und Würgen, sehr mühsam, mit knapper Not. Diese Redewendung wurde im 19. Jahrhundert gebräuchlich, als das Hängen und Würgen noch eine alltägliche Sache war, denn die Todesstrafen wurden früher in aller Öffentlichkeit vollstreckt. Daher waren den Menschen die Qualen, die mit der Hinrichtung eines Menschen durch den Strang verbunden waren, geläufig. Ohne hier in unappetitliche Einzelheiten zu gehen, darf man sich die Henker, die dem Verurteilten damals einen Strick drehten, nicht besonders feinfühlig vorstellen. Ihre Methoden führten selten zum sofortigen Tod des Delinquenten, der oft noch eine Zeit lang nach Luft schnappend um sein Leben kämpfte. Die Henkers-Mahlzeit, mit der man heute scherzhaft das Essen vor einem entscheidenden Termin bezeichnet, war früher einmal das vor der Hinrichtung vom Scharfrichter persönlich aufgetischt wurde. Ob der Todeskandidat es mit Genuss essen konnte? Sich wie gerädert fühlen starke Rücken- oder Gliederschmerzen haben Nach einer nicht erholsamen Nacht sagt man, oft man fühle sich wie gerädert. Die meisten wissen nicht, was Rädern war, sonst würden sie sicher erschrocken schweigen. Rädern, auch Radebrechen genannt, war keine Folter, sondern eine der grausamsten Todesstrafen, die im Mittelalter verhängt werden konnten, weil sie mit unmenschlichen Schmerzen verbunden war. Bei dieser Strafe für Straßendiebe und Mordbrenner wurde dem Verurteilten ein schweres Wagenrad auf die Arme und Beine gewuchtet, bis die Knochen in viele Stücke zerbrochen waren. Diese schon äußerst schmerzhafte Prozedur wurde fortgesetzt, indem die gebrochenen Gliedmaßen in die Speichen des Rades geflochten wurden. Schließlich wurde das Rad auf einen Pfahl gesteckt und der arme Sünder musste in dieser Stellung auf den Tod warten. Kaum zu glauben, aber diese Art der Hinrichtung wurde bis ins 19. Jahrhundert praktiziert. Heute verstehen wir unter Radebrechen, dass jemand eine Sprache nur bruchstückhaft spricht. Kapitel 3 Historisches Hinz und Kunz von Windmühlen und Schildbürgern Hinz und Kunz Jeder beliebige Mensch Die kleinen Leute Im Mittelalter trug eine große Zahl von Männern einen dieser Vornamen. Dazu muss man wissen, dass es sich um Kurzformen der Vornamen Heinrich und Konrad handelt. Namen vieler Fürsten dieser Zeit, auch mehrerer Könige. Kein Wunder, dass auch die einfachen Leute ihren Kindern solch wichtige Namen gaben. Heute nennen viele Zeitgenossen ihre Kinder ja auch nach gerade angesagten Promis, Filmstars oder Fußballern. Das führte zu einer Inflation dieser Namen, während die bäuerliche Verkürzung Hinz hört sich nun mal nicht so königlich an wie Heinrich, sondern lässt eher an einen Kater denken, auch nicht gerade dem Namensimage zuträglich war. Da erst ab dem 13. Jahrhundert Familiennamen gebräuchlich wurden, auf dem Lande noch später, führten die vielen Hinze und Kunze außerdem zu Verwechslungen und Irritationen. Daher wurde Hinz und Kunz etwa ab dem 15. Jahrhundert zur Spottbezeichnung, für die, die viel später Otto-Normalverbraucher genannt wurden. Das kommt einem Spanisch vor. Das erscheint einem seltsam. Aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammen relativ viele Redewendungen. Diese ist entstanden, als Karl V. 1500 bis 1558, der seit 1516 König von Aragon und König von Kastilien war und damit gewissermaßen erster König von Spanien, 1519 zum deutschen Kaiser, gekrönt wurde. Der neue katholische Kaiser führte eine Reihe neuer Sitten und Regeln in Deutschland ein. Unter anderem die spanische Inquisition, die gerichtliche Verfolgung der Ketzer, die bei den deutschen Untertanen, die mittlerweile zum großen Teil Anhänger Luthers waren, äußerst misstrauisch zur Kenntnis genommen wurden. Diese neuen Maßnahmen kamen ihnen mit Bezug auf das Heimatland Karls spanisch vor. Das Paradoxe an der Sache ist, dass wir mittlerweile wissen, dass der in Gent geborene und in Brüssel aufgewachsene Karl zum Zeitpunkt seiner Kaiserkrönung mehr schlecht als recht niederländisch und französisch, aber gar nicht Spanisch sprach. Das kann kein Schwein lesen. Das ist unweserlich geschrieben. Diese Redensart hat mit dem freundlichen Borstenvieh nichts zu tun, sondern soll auf den Analphabetismus im späten Mittelalter zurückgehen. Damals gab es nur wenige Leute, die lesen und schreiben konnten. Bei Schleswig soll es eine gelehrten Familie mit Namen Swin gegeben haben, die für die Leute der Umgebung gegen Bezahlung die Korrespondenz mit den Behörden erledigte. Wenn ein Schriftstück vorgelegt wurde, das unleserlich war, konnte es noch nicht mal ein Swin lesen. Eine Variante sagt, dass die Familie eines gewissen Peter Swin 1481 bis 1537 um 1500 ein Bauernführer in Ostfriesland gebildeter war als andere. Davon entstand die niederdeutsche Redensart »Dat weht kein Swin!« womit man sagen wollte, dass auch kein anderer wissen konnte, was einem gebildeten Swin nicht bekannt war. Da Swin oder Swin nicht nur ein norddeutscher Familienname ist, sondern Hochdeutsch mit Schwein übersetzt wird, hat sich diese Redewendung volksetymologisch ins Tierische entwickelt. Im Schlaraffenland leben Im Überfluss leben Eine Gesellschaft, in der man sich immer weniger anstrengen muss, um satt zu werden und den Fernseher einzuschalten, ist auf dem Weg, sich zur allgemeinen Faulheit zu entwickeln. Und da sind wir schon bei dem Namen des Landes, in dem einem die gebratenen Krammetsvögel, was ist es eigentlich, in den Mund fliegen. Slua bedeutet im Mittelhochdeutschen fauler Mensch. Im 14. Jahrhundert kennt man den Slua-Affe, den Müßiggänger. Damals wurden Faulheit und Müßiggang im Gegensatz zu heute, wo diese Eigenschaften erstrebenswert scheinen, verachtet. 1494 sprach man erstmals vom Schluraffenland. Unter Volksfantasie waren keine Grenzen gesetzt, sich die Lebensweise der Schluraffen in den sattesten Farben auszumalen. Die Vorstellung eines Lebens in Faulheit scheint es nicht nur hierzulande zu geben, sondern auch in England. You do well in Leverland, where they have half a crown a day for sleeping. Und in Holland? In Leulegallon sehnte Häuser mit Pannekoke gedeckt und mit Worste inreiche. Der springende Punkt, das Wesentliche, die Hauptsache. Der berühmte griechische Philosoph und Wissenschaftler Aristoteles 384 bis 322 vor Christus war auch im Mittelalter noch eine große Autorität. Obwohl seine Schriften aus einer vorchristlichen Zeit stammten, galt er seit dem 13. Jahrhundert auch der Kirche als der Philosoph schlechthin. Sein von Thomas von Aquin weiterentwickeltes Lehrsystem wurde erst bei den Dominikanern und später in der gesamten Kirche angewandt. Seine Schriften wurden als Lehrbücher an der Pariser Universität, die zusammen mit Oxford richtungsweisend war, Standard. Aristoteles hatte bei seinen Forschungen entdeckt, dass sich in einem vier Tage lang bebrüteten Hühnerei ein kleiner roter Fleck zuckend bewegt. Dies ist die Phase, in der sich der Blutkreislauf des Fötus entwickelt. Aristoteles glaubte, dieser kleine Punkt, der scheinbar hin und her springt, sei der Ursprung des Lebens. In der Redewendung meint der springende Punkt heute noch das Wesentliche, den Kern eines Problems. Ich kenne meine Pappenheimer. Ich weiß die Schwächen dieser Leute einzuschätzen. Diese Redensart stammt aus Schillers Wallensteins Tod, nimmt aber Bezug auf einen realen Sachverhalt aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim 1594 bis 1632 war ein gebildeter und als Befehlshaber seiner Reitertruppen furchtloser und zugleich zuverlässiger Mann, was sich auch auf seine Soldaten übertrug. Ein Pappenheimer zu sein, stand damals für Treue und Tapferkeit. Als eine Delegation dieser Kürassiere entrüstet anfragte, ob es richtig sei, dass mit dem schwedischen Feind verhandelt werde, lässt Friedrich Schiller deshalb den Feldherrn Wallenstein im Drama anerkennend sagen, daran erkenne ich meine Pappenheimer. Heute meint der Benutzer dieses Zitats meist, dass er die von ihm als Pappenheimer bezeichneten durchschaut oder ihre Schwächen kennt. Bis in die Puppen, übertrieben lang oder weit. Es ist irritierend, wenn man in großen Städten feststellt, dass citynahe Plätze früher gar nicht zur Stadt gehörten, sondern außerhalb lagen. In Berlin gibt es ein schönes Beispiel dafür. Der große Stern wurde vor 200 Jahren im Tiergarten angelegt, einem Jagdrevier, das heute von der Großstadt umschlossen, damals vor den Toren der Stadt lag, genauer gesagt vor dem Brandenburger Tor, einem der Stadttore des mittelalterlichen Berlin. Der Platz wurde Mitte des 18. Jahrhunderts nach französischem Vorbild mit Götterstatuen ausgestattet, denen die respektlose Berliner Schnauze sogleich den Spitznamen Puppen verpasste. Wenn die Bürger einen Spaziergang zum großen Stern machten, war das für damalige Verhältnisse ziemlich weit vor die Stadt, woraus sich die später in ganz Deutschland verbreitete Maßeinheit bis in die Puppen entwickelte, die heute meist als Zeitmaß im Sinne von lang-andauernd Verwendung findet, zum Beispiel wenn man bis in die Puppen schläft. Kapitel 4 Kirchliches Jetzt schlägt's 13 Von Ölgötzen und Gardinen Predigten Jemandem, die Leviten Lesen Kräftig die Meinung sagen Einen Verweis erteilen In Lothringen scheint es in der Zeit um 760 im Kirchenspringel Metz recht locker zugegangen zu sein. Offenbar wurde dort die moralische Vorbildfunktion der Priester nicht sehr ernst genommen. Der Bischof von Metz jedenfalls sah sich gezwungen, seinen geistlichen verschärfter Verhaltensregeln aufzuerlegen. Er verordnete gegen ihre verwilderten Sitten einen Kanon nach Art der Benediktinermönche. Tägliches gemeinsames Gebet und Gesang, Buß- und Andachtsübungen sowie Lesungen aus der Heiligen Schrift sollten der Disziplinierung dienen. Dazu gehörte vor allem das Kapitel 26 aus dem dritten Buch Mose, das auch Leviticus genannt wird, weil darin Vorschriften für die Priester der Israeliten, die sogenannten Leviten enthalten sind. Diese besonderen Regeln für das Leben im Priesteramt müssen, wohl auch später, so häufig in internen Strafpredigten zitiert worden sein, dass das Levitenlesen sprichwörtlich wurde. Den Teufel an die Wand malen, etwas als möglich darstellen, was man nicht will. Im Mittelalter glaubte man daran, dass der Teufel erscheinen würde, wenn man ihn beim Namen nennt. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er. Auch ihn malen reichte schon, und so hieß die Wendung ursprünglich, den Teufel über die Tür malen, dorthin, wo normalerweise das Dreikönigskürzel C plus M plus B steht. Christus Mansionem Benedikat. Viele Gläubige stellten sich den Satan mit eigenem Haushalt vor und hatten Angst davor, in Teufels Küche zu kommen, was gleichbedeutend war, mit großer Gefahr, denn man stellt sich die ewige Verdammnis wie eine große Küche vor, in der die armen Seelen in Töpfen und Pfannen kochen und braten, weil die Teufel ihnen die Hölle heiß machen, Satans Braten eben. Viele Gläubige gingen aber lieber davon aus, dass Satan noch eine Weile gefesselt in der Hölle liegt. In der Offenbarung des Johannes steht nämlich, dass er nach tausend Jahren aus seinem Gefängnis befreit wird. Man weiß nur nicht, wann denn nun der Teufel los ist. Von allen guten Geistern verlassen sein, unbegreifliches tun. Nach alter Überzeugung hat jeder Mensch einen Schutzengel. Jeder kennt die romantischen Gemälde, auf denen zu sehen ist, wie eine meist recht weibliche geflügelte Person in einer Art Nachthemd ein Kind mit freundlicher Gebärde daran hindert, in einen Abgrund zu stürzen. Wenn also von guten Geistern gesprochen wird, sind damit nicht etwa freundliche Gespenster gemeint, sondern es handelt sich um Schutzengel. Manche Menschen, die sich besonders tölpelhaft benehmen, scheinen gleich über eine ganze Kompanie der himmlischen Heerscharen zu verfügen. Dies wird vor allem von Leuten gesagt, die gefährliche Unfälle oder Unglücke mehr oder weniger schadlos überstanden haben. Leider muss man davon ausgehen, dass viele Torheiten nicht darauf zurückzuführen sind, dass die Täter nur von allen guten Geistern verlassen waren. Mit seinem Latein am Ende sein, ratlos sein, nicht mehr weiter wissen. Die lateinische Sprache war, ausgehend von Rom als Verkehrssprache auch im Mittelalter. Latein war nicht nur die Sprache der Kirche, sondern an den seit dem 13. Jahrhundert gegründeten Universitäten auch die Sprache der Wissenschaft, die unter dem Einfluss der Kirche stand. So wurde sowohl die Medizin als auch die Juristerei meist unter theologischen Aspekten ausgeübt. In der Medizin ist auch heute noch die lateinische Terminologie, ergänzt durch altgriechisches Vokabular im Gebrauch. Für den einfachen Mann war diese Sprache unverständlich, sowohl im Gottesdienst als auch vor Gericht, wo oft aus lateinischen Quellen zitiert wurde, aber auch beim Arzt, der selbst heute noch lateinische Fachbegriffe murmelnd den Patienten irritiert. Kein Wunder, dass daraus, wenn der Arzt die Krankheit nicht erkannte, also ihren Namen nicht wusste, der Eindruck entstehen konnte, er sei mit seinem Latein am Ende. Hals- und Beinbruch Viel Glück Dieser auf den ersten Blick gemeine Wunsch könnte auch etwas mit Aberglauben zu tun haben. Man weiß ja, dass manchmal genau das Gegenteil von dem gewünscht wird, was gemeint ist. Der Grund ist, dass das Glück bockig reagieren und ins Gegenteil umschlagen könnte. Deshalb wünschen sich Seeleute, die bekanntlich besonders abergläubisch sind, Mast- und Schottenbruch und meinen natürlich das Gegenteil. Aber bei dem Wunschhals und Gebein zu brechen, sieht die Sache anders aus. Unter dem ötymologischen Mikroskop wird deutlich, dass diese Redensart aus dem Jiddischen kommt und hier stellvertretend steht für eine ganze Reihe von Jiddischen Ausdrücken, die ihre Spuren in unserer Sprache hinterlassen haben. Im Original lautet sie »Azloke Ubroke«, Erfolg und Segen. Es liegt nahe, dass diese Worte für Zeitgenossen, die des Jiddischen nicht mächtig waren, wie »Hals- und Beinbruch« klangen. Die Orientierung verlieren, sich nicht zurechtfinden. Der Begriff »Orientierung« ist mit seiner heutigen Bedeutung seit dem 19. Jahrhundert belegt und so assimiliert, dass man sich seine Herkunft verdeutlichen kann, indem man das darin verborgene Wort »Orient« freilegt. Und tatsächlich bedeutet der Begriff »Eigentlich« »Ausrichtung nach Osten«, denn er geht auf Lateinisch »Orient« »Sonnenaufgang« zurück. Heute sind wir daran gewöhnt, aber dass auf Landkarten in der Regel der Norden oben ist, wird erst seit dem Ende des Mittelalters so praktiziert. Bis dahin war die »Orientierung« im Wortsinn üblich. Die Karten des Mittelalters waren ja religiös motivierte Darstellungen, meist von Mönchen angefertigt, denen es nicht um wissenschaftliche Exaktheit ging. Auf ihren Weltkarten lag »Jerusalem« stets in der Mitte, oben Asien, links unten Europa, rechts unten Afrika. Das änderte sich erst zur Zeit der Entdeckung Amerikas, als die Seefahrer realistische Karten benötigten. Nicht die Orientierung verlieren heißt also eigentlich, dass man das Heilige Land und damit Gott nicht aus den Augen verlieren soll. Alle Register ziehen, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen. Heute ist aus der Kirche die Orgel nicht mehr wegzudenken. Ja, dieses Instrument wird leider, denn es gibt wunderbare weltliche Orgelliteratur, fast automatisch mit Gottesdiensten in Zusammenhang gebracht. Das liegt wohl daran, dass Orgeln wegen ihrer Größe hauptsächlich in Kirchen zu finden sind. Ursprünglich waren sie durchaus weltliche Instrumente, zum Beispiel in Byzanz, wichtiger Bestandteil der höfischen Zeremonien. Erst im Lauf des 9. Jahrhunderts wurden Orgeln in Kirchen aufgestellt und ab dem 12. Jahrhundert entwickelten sie sich allmählich zum Hauptinstrument der Liturgie. Bei den mittelalterlichen Orgeln konnte der Spieler noch nicht Register, also Klangfarben wie Flöte oder Trompete wählen. Auch die Portative, die kleinen Tischorgeln hatten keine Register. Diese wurden erst im 14. Jahrhundert eingeführt und brachten eine wichtige Bereicherung auch der Klangfülle. Will ein Organist das Instrument total ausfahren, wählt er den Schalter Tutti. Er zieht damit alle Register auf einmal. Die Orgel braust. Kapitel 5 Gewerbliches Alles in Butter von Tretmühlen und Zapfen streichen. Scherereien bekommen in unangenehmen Schwierigkeiten sein. Die Technik der Haarpflege war im Mittelalter noch nicht so ausgereift, so dass es bei der Handhabung von Messer und Schere sicher Schwierigkeiten, also Scherereien gab. So wie er auch heute bei der Rasur gelegentlich Blut fließt. Möglicherweise steht der Ausdruck aber auch im Zusammenhang mit dem Kahlscheren des Kopfes als Ehrstrafe. Wer geschoren werden sollte, bekam Scherereien. Die Redensart Alle über einen Kamm scheren, mit der Bedeutung Alle nach demselben Schema behandeln, geht darauf zurück, dass der Barbier, der auch für den Schnitt des Haupthaares zuständig war, für alle mit der Schere zu behandelnden, also zu scherenden Kunden, denselben Kamm benutzte, wobei wahrscheinlich auch dieselbe Frisur herauskam. Die Variationsbreite der mittelalterlichen Männerfrisuren war, wenn man den überlieferten Abbildungen glauben darf, nicht groß. Das Blatt wendet sich, das Schicksal ändert sich. diese 1534 bezeugte aber wohl viel ältere Redewendung kommt, obwohl sie so klingt, nicht aus der Sprache der Kartenspieler, die ja von einem guten Blatt sprechen, wenn sie Gewinnchancen haben. Auch das Blatt aus Papier, die Buchseite ist nicht gemeint. Vielmehr findet um Johannes, also nach der Sommersonnenwende in der Natur, ein eigenartiges Phänomen statt. Es senken bzw. wenden sich die Blätter an fast allen Bäumen mehr oder weniger stark, um mehr Regen durchzulassen. An den gewendeten Baumblättern kann man erkennen, dass der längste Tag vorbei und der Höhepunkt des Jahres überschritten ist, eine für die damaligen sehr viel mehr auf die Natur als Signalgeber angewiesenen Bauern wichtige Beobachtung. Die Redewendung bezog sich zuerst nur auf die Jahreszeiten, wurde im übertragenen Sinn später auf die Wendungen des Schicksals erweitert. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das treibt die Frechheit auf die Spitze. Dieser Ausruf der Entrüstung geht natürlich auf die Weinfässer zurück, die bekanntlich aus den Dauben, den Reifen, die die Dauben zusammenhalten, dem Boden und dem Deckel bestehen. Bei der ziemlich schwierigen Arbeit des Zusammenfügens der Einzelteile, die ja alle genau passen mussten, damit das Fass dicht war, musste an manchen Stellen auch Gewalt angewendet werden. Wenn dann der Küfer, Fassbinder, Böttcher oder Büttner, je nach Region, die Fassreifen zu stark aufschlug, konnte es passieren, dass der Boden heraussprang und die Arbeit von vorn beginnen musste. Für die Entstehung der Redewendung verdächtiger ist aber eine andere Herleitung. Wenn auf dem Weinmarkt festgestellt wurde, dass ein dreister Weinhändler gepanschten oder ungenießbaren Wein anbot, wurde dem betreffenden in der Regel auf der Seite liegenden Fass vom Marktvogt oder vom Schultheiß der Boden ausgeschlagen, sodass der Wein abfloss und nicht mehr verkauft werden konnte. Alles in Butter Alles in Ordnung Als vor dem Ersten Weltkrieg eine Erfindung namens Margarine populär wurde, warben manche Gasthäuser damit, dass ihre Speisen nicht mit dem billigen Pflanzenfett zubereitet seien, sondern bei ihnen sei alles in Butter gebraten. Möglicherweise ist die Redewendung aber viel älter. Denn wenn früher wohlhabende Leute ihre Paläste mit hochwertigen Dingen aus fernen Ländern ausstaffieren wollten, stellte sich das Problem, diese zerbrechlichen Waren, zum Beispiel Glas aus Murano, auf damals sehr unebenen Wegen über weite Strecken, unter anderem über die Alpen zu transportieren, ohne dass bei der Ankunft nur Scherben übrig waren. Dafür bediente man sich mit der wohnen tritt. In Ermangelung ausreichend stoßdämpfenden Materials goss man die präziosen für den Transport in Butter ein, die, erkaltet, eine zuverlässig stoßfeste Umgebung abgab. Sogar wenn ein Fass zu Boden fiel, ging kaum etwas in zwei. Jemanden hänseln, üble Scherze treiben. Mit dem Bruder von Gretel hat diese Redensart nichts zu tun, vielmehr geht sie zurück auf die Hanse. Vom 12. bis zum 17. Jahrhundert die wichtigste Handelsvereinigung Mittel- und Nordeuropas. In diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden, brachte viele Vorteile mit sich. Allerdings erschwerten die Mitglieder die Neuaufnahme durch Proben, die ein Bewerber zu absolvieren hatte. Diese Aufnahmezeremonien wurden schon 1259 durchaus ernsthaft Hänseln genannt und waren drastischer, ja geradezu derber Natur. Man ließ die Kandidaten klobige Pillen oder üble Flüssigkeiten hinunterwürgen, warf sie in einen Sumpf oder in eisiges Wasser. Daher hat sich das Hänseln in der Bezeichnung »Jemanden ärgern« bis heute gehalten. Noch im 19. Jahrhundert mussten neue Handwerker und Knechte »hänseln«, indem sie mindestens einige Runden Bier ausgaben. In dieser Zeit erhielt der Ausdruck auch die heutige Bedeutung. Der ursprüngliche Wortsinn ist vergessen, aber es ist immer noch Sitte, einen Einstand zu geben. Die Katze im Sack kaufen Sich auf etwas Unbekanntes einlassen Auf mittelalterlichen Märkten wurden Ferkel, Hühner oder Kaninchen zum Abtransport durch den Käufer in einen Sack gesteckt. Es scheint öfters vorgekommen zu sein, dass ein betrügerischer Verkäufer statt des erworbenen Kleintiers etwas anderes, minderwertiges, zum Beispiel, eine hergelaufene Katze in den Sack steckte. Immerhin so häufig, dass sich daraus die Redewendung »etwas im Sack kaufen« gebildet hat, die davor warnt, etwas zu erwerben, das man nicht vorher gründlich geprüft hat. Wahrscheinlich kam die Katze erst hinzu, als die Till-Eulenspiegel-Anekdote erzählt wurde, in der Till anstelle eines versprochenen Hasen eine Katze im Sack verkauft. Heute nutzen beide Geschlechter die Redensart meist dazu, die intime Kontaktaufnahme vor der Eheschließung zu rechtfertigen. Schmutzige Wäsche waschen, im Streit private Dinge des Gegners bekannt machen Lange vor der Einführung von Waschvollautomaten trafen sich die Frauen eines Ortes einmal wöchentlich zum Waschtag am Dorfbrunnen oder am Bach, um ihre Wäsche zu reinigen. Das war die Gelegenheit, sich ausgiebig über die Ereignisse der letzten Tage zu unterhalten. Von Dorffesten abgesehen war dieses Zusammentreffen der Waschweiber die einzige Gelegenheit, wo solch ein kollektiver Informationsaustausch stattfinden konnte. Weil dieses Geplauder beim Wäschewaschen passierte und, wenn auch ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt, gerade die schlimmen Nachrichten und Indiskretionen über Peinlichkeiten am interessantesten waren, hat der Volksmund diesen Klatsch und Tratsch an den Sauberkeitsgrad der Wäsche angelehnt. Weil die ungebildeten Waschfrauen oft über Dinge sprachen, von denen sie nichts verstanden, nennt man noch heute oberflächliches Geplapper auch dummes Gewäsch. Einen Haken haben Ein auf den ersten Blick nicht erkennbares Problem beinhalten Die Redewendung ist sehr alt und war schon im Mittelalter gebräuchlich, was daran liegt, dass das, worauf sie zurückgeht, wirklich sehr gut als nachvollziehbares Gleichnis für eine verborgene Gefahr genutzt werden kann. Jeder weiß, dass man einen Fisch, außer wenn er ins Netz geht, aber daher kommt eine andere Redewendung, mit einer Angelfäng. Genauso bekannt ist, dass eine Angelschnur nicht ohne einen Angelhaken an ihrem Ende funktioniert, nicht ganz so bekannt ist, dass dieser Haken nicht einfach so im Wasser schwebt. Der Fisch ist ja nicht blind und würde einen nackten Haken nicht schlucken. Deshalb versteckt der schlaue Angler den Haken in oder an einem Köder, zum Beispiel einem Wurm, sodass er für den Fisch nicht sichtbar ist, ihm aber zum Verhängnis wird, wenn er, vom Köder verlockt, zubeißt. In diesem Moment wird ihm bewusst, dass die Sache einen Haken hat, aber dann ist es in der Regel zu spät. Kapitel 6 Auch die kleinen Münzen der Vergangenheit haben ihre Spuren in unseren Redewendungen hinterlassen. Ein Heller ist eine seit 1228 geprägte Kupfermünze, die nach der Stadt Schwäbisch Hall benannt wurde, während der Pfennig schon von Karl dem Großen als kleinste Münze eingeführt wurde. Wenn man also etwas auf Heller und Pfennig bezahlt, will man nicht die geringste Summe schuldig bleiben. Genauso ist jemand, der keinen Heller wert ist, auch heute noch ein nichtsnutziger Mensch, man könnte sogar sagen, keinen Pfifferling wert, denn dieser Pilz war im Gegensatz zu heute, wo er eine seltene Delikatesse ist, so weit verbreitet, dass es sich nicht lohnte, ihn auf dem Markt zu verkaufen. Ein Deut war eine niederländische Münze des 14. bis 17. Jahrhunderts und hatte den Wert von ungefähr zwei Pfennigen. Wer also keinen Deut besser ist, ist ein genauso schlechter Kerl. Ob unser moderner Cent auch einmal so sprichwörtlich sein wird, wie Heller, Deut und Pfennig? Nicht lange fackeln, schnell handeln, keine Umstände machen. Mit der im Mittelalter als handliche Lichtquelle weit verbreiteten Fackel hat dieser Ausdruck nur sehr indirekt zu tun. Beide gehen auf ein Ursprungswort, Fickfacken, zurück, das, man ahnte, schon hin- und herbewegen bedeutete, und zwar in einem abwertenden, lächerlichen Sinn. Heute steckt es noch in einem der zahllosen Wörter für den Geschlechtsverkehr, auch in der englischen Sprache, aber eben auch in dem Ausdruck nicht lange fackeln, was heißt, man soll keine unnötige, überflüssige Bewegung machen. Die Redensart ist schon im 14. Jahrhundert im Gebrauch, heute merkwürdigerweise ausschließlich verneinend. Zwei Berufsstände im Mittelalter hatten zu tuten und zu blasen. Der Hirte, der einer der untersten Berufsgruppen angehörte, benutzte ein Horn, um das Weidevieh zu locken, und der Nachtwächter verwendete ebenfalls ein Blasinstrument für die regelmäßigen Signale vom Turm oder den Alarm, bei Gefahren wie Feuer, oder Bedrohung für die Stadtbevölkerung von außen. Beide Tätigkeiten bedurften keiner besonderen Fähigkeiten, man musste nur die Augen offen halten und ein Horn blasen können. Wer nicht einmal zu diesen Aufgaben fähig war, musste besonders dumm sein. Eine andere Herangehensweise nennt den Lebenswandel des Nachtwächters als Ursache für die Redewendung, denn diese Leute waren berufsbedingt tagsüber meist übermüdet und deshalb begriffsstutzig bzw. etwas langsam. Die Redensart ist jedenfalls schon seit dem 16. Jahrhundert nachgewiesen, aber möglicherweise auch wesentlich älter. Aus dem Stehgreif Unvorbereitet sein Etwas spontan machen Bei dieser Redewendung, deren Substantiv schon ins Althochdeutsche zurückreicht, ist die Fehlerquote beim Diktat sicher hoch. Denn dieser Begriff hat mit dem Stehen nichts zu tun und ist deshalb kein Stehgreif, sondern müsste Stegreif geschrieben werden. Es handelt sich um die alte Bezeichnung für den Steigbügel, der früher mehr wie ein Reif, also ein Ring, geformt war. Um größere Aufmerksamkeit zu erzielen, verlasen Kuriere oder Herolde die Botschaften ihres Herrn, ohne vom Pferd zu steigen. Sie erhoben sich vielmehr aus dem Sattel, blieben aber in den Stehgreifen, den Steigbügeln. Deshalb bezieht sich die Redensart auf den eiligen Reiter, der etwas erledigt, ohne abzusteigen. Später veränderte sich der Sinn dieser Wendung hin zum Spontanen, Improvisierten. Die sogenannte Stehgreif-Dichtung war schon in der Antike verbreitet und auch das spätere Volkstheater bevorzugte Spielformen, in denen die Schauspieler den Text variieren konnten. Die Stehgreif-Räder als rhetorische Kunst wird nicht mehr gelehrt, sondern mehr dem Talent oder dem Zufall überlassen. Eine Eselsbrücke bauen, Hilfsmittel für Begriffsstutzige. Esel gelten als dumm und störrisch. Wer die sympathischen Langohren kennt, weiß, dass das überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Esel wissen nämlich ganz genau, was sie wollen und was nicht. Und dafür gibt es dann auch einen guten Grund. Zum Beispiel weigern sich Esel auf einer Brücke, die keinen geschlossenen Boden hat, einen Fluss zu überqueren. Diese Vorsicht ist nur zu natürlich, denn das Tier weiß ja nicht, dass seine Scheu unbegründet ist. Im Mittelalter verstand man also unter einer Eselsbrücke eine Schwierigkeit, die nur für Dumme gilt. Keine echte, sondern eine nur vermeintliche Gefahr. Diese Erklärung ging im Laufe der Zeit verloren, sodass man die Wendung heute genau umgekehrt versteht, dass nämlich für den Esel, also den angeblich Dummen, eine Hilfskonstruktion errichtet wird, die ihm hilft, eine Schwierigkeit zu überwinden. Das geht auf keine Kuhhaut. Etwas ist unbeschreiblich, eine Unverschämtheit. Als frühesten Beleg für diese alte Redewendung haben wir die Sermonis vulgares von Jacques de Vitry aus dem frühen 13. Jahrhundert. Wenn man sich mit dieser Redewendung beschäftigt, muss man wissen, dass es zu dieser Zeit noch üblich war, auf eine Tierhaut zu schreiben. Denn bevor das Papier im 13. Jahrhundert seinen Siegeszug antrat, wurde auf Pergament geschrieben. Dabei handelte es sich um Tierhäute, meist von Schafen oder Kälbern, die durch verschiedene Bearbeitungsstufen dünn und glatt gemacht wurden. Die Menschen im Mittelalter glaubten nun, dass während ihres Lebens der Teufel ihre Sünden aufschreibe, um sie ihnen beim jüngsten Gericht vorzuhalten. Da konnte bei einem richtigen Sünder schon allerhand zusammenkommen. Die Ankündigung, dass selbst die Haut des größten zur Verfügung stehenden Tieres, also der Kuh, nicht ausreichen könnte, um alle Sünden eines Menschen niederzuschreiben, kann als ultimative Drohung mit der ewigen Verdammnis aufgefasst werden. Schwein gehabt, ohne eigenes Zutun oder Wiedererwarten Glück gehabt. Schon im Mittelalter gab es Wettbewerbe und Preiskämpfe in vielen Disziplinen. Darunter waren Pferderennen und Schießwettbewerbe am beliebtesten. Diese mit dem Bogen, mit der Armbrust und später mit dem Gewehr. Je nach Anlass wurden recht hohe Preise ausgelobt. So ist für ein Pferderennen aus dem Jahr 1448 bekannt, dass der Sieger ein wertvolles, scharlachfarbenes Tuch gewann, der zweite einen Sperber, also einen kleineren Beizvogel, und der dritte eine Armbrust. Der letzte aber gewann einen Trost, aber auch Spottpreis, nämlich ein Schwein. So etwas war lange Zeit üblich und die Schande, ein Schwein durch die Stadt treiben zu müssen, scheint größer gewesen zu sein, als das, allerdings unverdiente, Glück, für den letzten Platz immerhin noch ein ganzes Schwein mit nach Hause nehmen zu können. Zwar hatte man sich lächerlich gemacht, aber auch etwas relativ Wertvolles abbekommen. Die Redensart bedeutet deshalb, Glück im Unglück zu haben. Jemanden entlarven, geheime Absichten enthüllen. Heute kommt das Wort Larve fast nur im Zusammenhang mit Entwicklungsstufen von Tieren vor. Im Zusammenhang dieser Redewendung geht es aber um die altertümliche Bezeichnung für Maske aus dem lateinischen Larva, das so viel wie Gespenst und dann auch Schreckmaske bedeutete. Seit dem 14. Jahrhundert wurde eine damals noch nicht auf der Bühne, sondern eher bei Beschwörungen und Volksbräuchen benutzte Gesichtsmaske Larve genannt. Luther gebraucht das Wort dann im Sinne der heutigen Maske, woraus im 17. Jahrhundert das Verb entlarven mit der direkten Bedeutung jemandem die Maske vom Gesicht nehmen entstand. Im 18. Jahrhundert dann bekam der Ausdruck die uns auch heute noch geläufige übertragene Bedeutung. Genau genommen hat diese Larve ja doch etwas mit der Larve im Tierreich zu tun, denn hinter der Kaulquappe ist gewissermaßen der Frosch noch verborgen, der erst noch entlarvt werden muss. Kapitel 7 Häusliches Immer die alte Leier von Maulaffen und Brotkirben Süßholz raspeln, schmeicheln, Komplimente machen Zucker war im Mittelalter ein seltenes Luxusgewürz der Reichen, ähnlich wie Salz und Pfeffer. Das gemeine Volk verwendete Honig zum Süßen. Dabei war es bis ins Mittelalter nicht so einfach, schmerzlos an diesen Rohstoff heranzukommen. Erst im 14. Jahrhundert wurde die Honiggewinnung professioneller betrieben. 1747 wurde die Zuckerrübe als Lieferant entdeckt, ab 1801 wurde Zucker fabrikmäßig produziert und stand nun billig und in jeder Menge zur Verfügung. Und was schenkte der Galan der Umworbenen im Mittelalter? Er schabte oder raspelte den zuckerhaltigen Wurzelstock des spanischen Süßholzes, um seiner Süßen ein Geschenk zu machen, dem sie nicht widerstehen konnte. Unvorstellbar, heute eine Dame mit Süßen rumzukriegen? Und was ist mit der längsten Praline der Welt aus der Werbung? Einen Zahn zulegen. Beschleunigen. In vielen Burkküchen wird heute diese Redewendung zitiert, wenn es darum geht, die eigenartigen Topfstangen zu erklären, die zur Ausstattung eines mittelalterlichen Kamins gehörten. Diese sind nämlich an einer Seite gezackt wie ein Zahnrad. Man konnte, je nachdem, wie hoch man den Topf mittels dieser Zahnreihe und eines sinnreichen Einrastmechanismus über der Glut arretierte die Temperatur des Topfinhalts und damit die Gargeschwindigkeit regulieren. Leider hat die Redewendung vom zugelegten Zahn nichts mit diesen Zahnstangen zu tun. Sie kommt vielmehr aus dem frühen Automobilbau, als die Oldtimer anstatt eines Gaspedals einen Handgashebel mit Zahnkranz manchmal auch eine hierfür vorgesehene gezähnte Stange hatten. Wenn man dort die Arretierung einen Zahn weiter einrasten ließ, also einen Zahn zulegte, fuhr das Auto schneller. Die Redewendung hat also mit den Topfhaken in den Burkkaminen wirklich nichts zu tun, auch wenn es so scheint und immer aufs Neue wiederholt wird. Das Wasser nicht reichen können, nicht ebenbürtig sein. Bei einem mittelalterlichen Bankett herrschte zwar Überfluss in Sachen Speisen und Getränke, das Essbesteck aber war im Vergleich zu heute erstaunlich einfach. Es gab nur Löffel für die Suppe, ansonsten wurde mit den Fingern gegessen. Um diese vor und nach der Mahlzeit zu reinigen, konnten sich die Gäste Wasser über die Hände gießen lassen. Es ist in vielen mittelalterlichen Quellen bezeugt, dass das Wassernähmen ganz selbstverständlich zum Gastmahl gehörte. Das Wasser wurde den adeligen Festteilnehmern von einem Pagen offeriert, also einem Edelknaben, der am Hofe des Gastgebers diente. Ein niederer Angestellter, etwa gar ein Knecht, hätte den hochgestellten Gästen nicht das Wasser reichen können, er hätte ja im sozialen Niveau weit unter ihnen gestanden. In diesem übertragenen Sinn wird die Redewendung seit dem 16. Jahrhundert gebraucht. Das moderne Fastfood könnte die Entwicklung der Esskultur wieder zurückschrauben. Hamburger, Döner und Co. werden ja schon wieder mit den Fingern gegessen. Einen Korb geben, einen Antrag ablehnen. Zur romantischen Brautwerbung gehörte immer schon unter dem Fenster der Angebeteten, um ein Rendezvous zu bitten. Im Mittelalter scheint es Usus gewesen zu sein, den Freier in einem Korb, der aus dem Fenster der Angebeteten heruntergelassen wurde, zu ihr hochzuziehen. Da stellte sich für die Frau manchmal das Problem, wie sie einem nicht willkommenen Mann beibringen konnte, dass er nicht erwünscht war. Eine drastische Methode war, einen Korb mit beschädigtem Boden herunterzulassen, der unter dem Gewicht des Freiers herausbrach. Diese bodenlose Gemeinheit ließ Liebhaber durchfallen. Tatsächlich stammt dieser heute meist auf nicht bestandene Prüfungen angewendete Ausdruck aus diesem Zusammenhang. Eine peinlichere Variante der Abweisung bestand darin, den Freier hängen zu lassen, indem man das Hochziehen des diesmal intakten Korbes auf halber Höhe des Hauses stoppte. Diese Bräuche waren im 17. Jahrhundert bereits vergessen, aber die Wendung hat den Sinn eines negativen Bescheids behalten. Mit Kind und Kegel mit der ganzen Familie. Mit den beliebten Kegeln hat diese Redewendung nichts zu tun, obwohl dieses Spiel zu den Ältesten der Welt gehört. Vielmehr wird das Wort Kegel in einem Wörterbuch aus dem 15. Jahrhundert mit uneheliches Kind übersetzt. Es ist also tatsächlich die gesamte Familie gemeint gewesen, inklusive eventueller nicht-legitimer Ableger. Es handelt sich hier aber wieder um eine der Zwillingsformen wie Mann und Maus oder Haus und Hof, die einen umfassenden Sinn haben und zugunsten des Stabreims auf inhaltliche Logik keinen gesteigerten Wert legen. Das Wort Kegel ist allerdings schwer zu deuten. Mit diesem klobigen Spielgerät könnten ursprünglich Kinder abwertend bezeichnet worden sein, wie ja in bestimmten Schichten hoffnungsvolle Sprösslinge noch heute mehr oder weniger liebevoll Belga genannt werden. Später kann sich dann der Spottbegriff auf die unehelichen Kinder konzentriert haben. Immer die alte Leier immer wieder auf dasselbe Thema zu sprechen kommen. Die mittelalterliche Musik klingt in unseren an Mozart, Beethoven und McCartney gewöhnten Ohren eher fremd, denn sie ist durch die Bordun Charakteristik bestimmt. Bordune sind feststehende Töne, die eine monotone Begleitung spielen, eine frühe Art der Mehrstimmigkeit. Das bekannteste Bordun Instrument ist der Dudelsack, der auch im Mittelalter sehr verbreitet war. Es gab aber auch Seiteninstrumente, die Bordun spielten, vor allem die Drehleier, auch Radleier oder Bauernleier genannt. Sie war ein verbreitetes Musikinstrument bis in die Barockzeit, überlebte in der Folklore und erlebte im Rahmen der Mittelalter Welle eine Wiederentdeckung. Die Leier zeichnete sich jedenfalls in ihrer einfachen Form nicht durch übergroße Flexibilität und Darbietungsmöglichkeiten aus und hatte einen leicht klagenden Ton. Deshalb hat man wohl dieses Instrument als Metapher für immer wieder das Gleiche genommen. Durch die Bank ohne Ausnahme. Bänke waren im Mittelalter weiter verbreitet als heute. Die an einer Mahlzeit Teilnehmenden saßen nicht auf Stühlen, sondern auf langen einfachen Bänken an der Tafel, auch in adeligen Häusern oder Burgen. Hier wurden gewöhnlich alle Teilnehmer nacheinander bedient. Sie bekamen ihr Essen in der Reihenfolge, in der sie nebeneinander saßen, aufgetischt, ohne Bevorzugung von Rang und Namen. Da aber an vom Stand her gleich oder zumindest ähnlich gestellte Teilnahmen kann von einer allgemeinen Gleichmacherei natürlich nicht gesprochen werden. Bei einer anderen Art von Bänken, den Kirchenbänken, konnte übrigens in vielen Gemeinden durchaus nicht von Gleichheit vor Gott gesprochen werden. Neben echten Stammplätzen, die bisweilen sogar durch Namensschilder oder Wappen reserviert waren, gab es auch spezielle Bänke für wichtige Leute bis hin zu den Patronatslogen für die Familie des lokalen Grundherrn. Dürrn.